Andi Borg seine Birgit, Silberhochzeit. Den Hochzeitstag habe ich noch nie vergessen. Am 30. Juli 1999 heiratete Schlager-Star Andi Borg seine große Liebe. Mit Birgit hat er die Partnerin fürs Leben gefunden. Sie ist es immer für ihn da, sie gehen durch dick und dünn und niemand kann die beiden trennen. Nun sind sie 25 Jahre verheiratet, Silberhochzeit, in der Branche ist das eine Ewigkeit. Schlager.de hat Andi Borg mal gefragt, wie sie das geschafft haben. Andi Borg hat grad allen Grund zur Freude. Seine TV-Show Schlagerspaß mit Andi Borg wird, neben SWR, SAMDR, nun in diesem Jahr auch erstmals im Bayerischen Rundfunk, BR, ausgestrahlt, seiner Heimat. Auch privat hat er bald etwas zu feiern, Silberhochzeit mit seiner Birgit. In der Schlagerbranche sind die beiden ein Traumpaar. Sie halten Händchen, küssen sich, lachen miteinander und verlieren nie ein schlechtes Wort über ihre Partner. Doch wie machen die beiden das nur? Wir haben bei dem Entertainer mal nachgefragt. Lieber Andi, Glückwunsch vorab, ihr feiert Silberhochzeit. Wahnsinn, 25 Jahre lang skandalfrei verheiratet. In der Branche ist das keine Selbstverständlichkeit. Wie habt ihr das gemacht? Seit der Sekunde, als sich unsere Blicke das erste Mal getroffen haben, wussten wir, das passt mit uns beiden. Es ist einfach Glück. Bei uns passt es sogar nach 25 Jahren noch immer sowas von. Das kann man sich nur wünschen. Wir haben uns nicht gesucht und trotzdem gefunden. Wenn es ein Rezept für Eheglück gäbe, würde ich ein Kochbuch da überschreiben. Das Salz in der Suppe sind bei uns die Zeit und Aufmerksamkeit, die wir uns gegenseitig schenken, und eine große Prise Romantik. Da kenne ich mich aus, als geborener Romantiker. Die schönste Blume aus dem Garten, das Kakaoherz auf dem Frühstückscappuccino, das sie mich morgenmuffel jeden Morgen aushält, und das auch noch mit einem Lächeln. Und ganz wichtig ist das Bussl für mich in der Sekunde, bevor ich einen Auftritt habe, wir lieben diese kleinen Rituale. Wir sind so verschieden, dass wir uns genau für das schätzen, was man selbst nicht so gut kann. Meine Frau hat ein unglaubliches Organisationstalent. Wenn ich sie frage, wo wir letzte Woche waren, kann sie alles detailliert erzählen. Genauso, wenn ich sie frage, wo wir in den nächsten Wochen hinfahren. Ich brauche nur die Adresse ins Navi eingeben und wenn wir ankommen, darf ich das machen, was ich am liebsten mache, singen, lacht. Und so ist das in viele Dingen. Wir ergänzen uns einfach perfekt, haben Verständnis und Respekt füreinander. Sie kann nicht, was ich mache und umgekehrt. Was habt ihr denn am 30. Juli für euch geplant? Gibt es eine Party mit Familie und Freunden? Das entscheiden wir spontan. Der 30. Juli ist unsere Zeit, unsere Temperatur. Diesmal zieht es uns vielleicht nach Südfrankreich oder nach Italien, das Mediterrane liegt uns beiden sehr. Andi Borg, Silberhochzeit, besondere Rituale. Habt ihr bisher jeden Hochzeitstag zusammen gefeiert? Ja, das ist unser persönlicher Feiertag. Ich denke ziemlich oft an etwas nicht, den Hochzeitstag habe ich jedoch noch nie vergessen. Das ist zu wichtig, weil an diesem Tag ein neues, ein schöneres, ein liebevolleres Leben begonnen hat. Das vergisst man einfach nicht. Außerdem waren wir schon zusammen und haben ja zueinander gesagt, bevor wir geheiratet haben. Das kommt zu den 25 noch obendrauf. Die Silberhochzeit ist ein schöner Anlass, sich nochmals an diese Kennenlernzeit zu erinnern. Und an unsere Hochzeit. Das sind einmalige Momente. Der Hochzeitslader, der ist mir besonders im Sinn geblieben, weil es sowas in Wien gar nicht gibt. Den haben die Verwandten meiner Frau nach Wien mitgebracht und er hat dann durch die ganze Hochzeit geführt. Das ist ein wunderschöner Brauch hier aus dem Bayerischen. Was er alles gewusst hat, und mit den Musikern hat er auch gesungen. Und natürlich, der Moment, in dem wir die Ringe getauscht haben. Das war der unvergesslichste. Schenkt ihr euch etwas zur Silberhochzeit? Ja, dasselbe wie in den vergangenen 25 Jahren, und für uns gibt es nichts Schöneres. Wir fahren spontan dorthin, wo es uns gefällt, und schenken uns einfach einen schönen Tag oder zwei oder drei. Und wenn wir an unserem Hochzeitstag eine Muschel, einen Stein oder etwas anderes finden, dann nehmen wir uns das mit und ich schreibe das Datum darauf. Das kann auch ein Stück Treibholz sein, das ich am Strand auflese oder aus dem Meer fische. 25 Jahre sind Andy Bock und seine Birgit glücklich. Für ihn ist sie die schönste Frau der Welt. Wir wünschen alles Gute zur Silberhochzeit, auf die nächsten 25 Jahre.